Hallo Bürger dieser Welt, wir sind keine Sekte, keine Partei, kein Verein, sie können uns nicht beitreten und wir haben keine Anführer. Jeder kann Anonymous sein, ihr Nachbar, ihr Postbote, ihr Bruder, ihre Schwester oder sie, Anonymous ist das was wir daraus machen, was einzelne Anons machen, macht nicht Anonymous, jeder Anon spricht für sich selber, wir kämpfen für die Freiheit, die Menschenrechte und die freie Meinungsäußerung im Internet und auf der ganzen Welt, wir treten an gegen Scientology und Verletzungen der Privasphäre durch Überwachung und Bevormundung, wir dulden keine Zensur, wir fordern Frieden und Gleichberechtigung für alle. Menschen, egal welche Hautfarbe, Religion oder Herkunft, wir sind überall dort wo Unrecht geschieht und schaffen durch Demonstrationen, Papastorms oder Videos, dafür eine Öffentlichkeit, Anonymous ist eine Idee und sie zu gestalten, unsere Aufgabe, wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns. Anonymous 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017